dieser mercedes benz b 180 ist hier zum verkauf angeboten die silberne limousine hat fünf türen und bietet fünf sitzplätze der kilometerstand des fahrzeugs liegt bei weniger als 17.000 kilometern die erstanmeldung war anfang 2015 die limousine besitzt zahlreiche ausstattungsdetails wie esp navigationssystem einparkhilfe bluetooth start top automatik und vieles mehr unter der haube gibt der sparsame benziner eine leistung von 122 ps an das schaltgetriebe ab der angegebene verbrauch liegt bei nur 5,7 litern pro 100 kilometer kontaktieren sie uns wir beantworten gerne ihre fragen bis zum nächsten Mal